Lektion B Der, die, das ist Die, die, die sind Briefkasten Der Briefkasten ist gelb. Der Briefkasten ist gelb. Der, die, das ist Der Briefkasten B R I F Brief F K A S Kas T E N Ten Kasten Briefkasten Briefkasten I S T Is Gelb Gelb G E L P Gelb Der Briefkasten Is Gelb Der Briefkasten Ist Auch Gelb Der Briefkasten Ist Auch Gelb Der Der Berief Briefkasten Ist Aus Auch gelb. Gelb. Die Riefkästen sind gelb. Die Riefkästen sind gelb. Die Briefkästen sind gelb. Die Briefkästen sind gelb. Die Briefkästen sind gelb. Die Blume ist blau. Die Blume ist blau. Die Blume ist gelb. 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 Die Blume sind gelb. Die Blume sind gelb. die Blume ist Blumen die Blumen sind Das Pferd ist braun. Das Pferd ist braun. Das Pferd. E-R-T Pferd ist i-S-T ist braun. Das Pferd ist braun. Das Pferd ist auch braun. Das Pferd ist auch braun. Das Pferd ist auch braun. Die Pferde sind braun. Die Pferde sind braun. 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 Pferd. Das Pferd ist Pferde. Die Pferde sind Der Löffel ist silbern. Der Löffel ist silbern. Der Löffel ist silbern. Der Löffel ist silbern. Ist silbern. Der Löffel ist silbern. Die Gabel ist auch silbern. Die Gabel ist silbern. Die Gabel ist silbern. Der Löffel und die Gabel sind silbern. Der Löffel sind silbern. Der Löffel und die Gabel. Die Gabel ist silbern. Der Löffel 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 ist silbern. und silbern. Das Messer ist blau und silbern. Der Löffel ist 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 silbern. Die Blumen sind blau. Das Pferd ist braun. Die Pferde sind braun. Der die das ist. Die 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 sind. Der Frosch ist grün. Der Frosch ist auch grün. Die Frösche sind grün. A Deutsch, Schreiben, Lernen. Apprends an Ecrire l'Allemans. الكثير من مقاطع الفيديو. Learn to read and write German. Free download. Exercise gratuit. Playlist for all learners. Deutsch, Schreiben, Lernen. Sein Schreiben. Es ist auch ein Schlürger surprises. Ich habe die Schläger vermischen. Um den Knopf zu sprechen.